Hi Leute, willkommen zur dritten und letzten Runde hier im Fotobattle mit Eldermann, Eldermann, wie lustig, und Andimann und mir, dem Brickmann. Und wir fotografieren in dieser Runde mit dem Minolta 55mm Festbrennweitenobjektiv. Und hier ist die Challenge für uns beide, dass wir nur manuell fokussieren dürfen. Und auch nur können. Und auch nur können. Wir haben hier einmal einen Ring, mit dem wir die Blende einstellen und einmal so einen Ring, mit dem wir die Schärfe zielen. Und was für coole Bilder wir mit diesem Retroobjektiv hier machen, erfahren wir gleich. Viel Spaß. Ich bin ready, wenn du willst. Kannst du die 5 Minuten alle anschmeißen, Mann. Okay, es geht los in 3, 2, 1. So, da stelle ich mal einmal hierher. Muss ich mal gucken, wie ich die Challenge hier schaffe mit Gegenlicht und Fokussieren. So, Kamera anmachen wir auch nicht schlecht. Ich habe hier so ein Peaking, wo ich sehe, dass es scharf ist. Und dann hoffe ich einfach nur später am Rechner, dass es auch scharf ist. So, jetzt ist es so ein Zeich破 ради toippers. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020